Kaoden-Trupp wieder mal am Start. Wetz? Wann war ich denn das letzte Mal in deinem Video dabei? Noch nie, keine Ahnung. Fortnite-Fallskirmish? Was? Wohl? So, erst mal wieder lauter gestellt, vor's alle rummeckern im Video. Ah! Ich verpasst, wenn sie besonders sind, sie sind trotzdem. Da ist er irgendwie auch besser. Heute machen wir meine Händchen eins. darf ich die tür zu machen papa aber nicht ganz zu laubbläser ist schon mal lichter wir gehen noch schichten ja in dem ja einfach alle die guten taktik benutzt der drache fliegt einfach so geil mit einer das finde ich so geil das war ich leute der drachen ist so laut ich schwöre auf alles ich bin ich nicht laut aber der fliegt hat mit und hat einen geil wenn du gewinnst macht er auch noch feuer und so ich bin ja eine blaue bürste da ich vielleicht vertreten und willst du? äh gar nicht blaue bürste meine liebte Sache warum? schlöpnis warte was war denn dieses andere haustier aus Nüsschen bisschen aus Nüsschen ähhhhhh ein Chameleon das weiß ich nicht ein Chameleon? Hund okay wer will 50% Schild? Terminator dann komm mal her mein Sohn ich hab nur eine graue Waffe ich hab eine blaue hier liegt ein blau stunde genau das was ich schon habe will jemanden blau stunde haben wo bist du? äh ich komm zu dir komm her ich hab noch eins ja Terminator hier leidet keiner wieder mit ey zwei blaue eine blaue stehngranaten ich bin dafür glücklich dass sie keine lenker zu haben fuck man jetzt hab ich mir den weg abgestört ja aber grob weißt du aber so volle grob auch Chris im Automaten den Kaketenwerfer es hängt schon wieder an oder bei mir fängt es langsam mit der Börse mit der Börse das ist dann halt deutlich was das ja ich hab'n Fluch ich finde immer den Kaketenwerfer ich hab'n Fluch als erstes ich hab'n Fluch als erstes finde ich eigentlich immer ein ja ich finde immer den Kaketenwerfer als erstes besser gesagt wenn er keinen guten Luf hat dann kommt natürlich der Blenderfänger ich hätte den schwarzen Schild eigentlich aber mal ich wusste dass ich mit dem 3 anfangen was ist hier anfangen ich hab mit dem 3 anfangen ich hab mit dem 3 anfangen 3 anfangen 3 anfangen 3 anfangen 3 anfangen seitenschnabel 0,4 ist der 50 Schild gewählt 4 anfangen und gelacht und Niko zuliebe wau'ne ich mein räue mich nicht auf das weißt du ja nicht deswegen macht man die doch auf 50 ja so ein kassler um springt dann weiß man sowieso ein kass war darum was werde ich nicht kostet die ich nicht keine ahnung weil ich nicht peter an bäumen seit wann wachsen die peter an bäumen ich weiß nicht christian verschönerungssteine schattensteine shadow cubes was macht die da die menschheit existiert st ja die wurde wahrscheinlich wieder reingemacht und es wurde aktualisiert christian willst du den Pilz am Baum nehmen? das geht stimmt rein er ist auch in die richtung gut hast du den Pilz an der Wand genommen? am Baum? keiner? was du willst dass du nicht rein aus dem Pilz oder aus dem Pilz oder aus dem Pilz? den muss ich öffnen kommt von hinten du willst auch rein wo wolltest in die Wand reinbacken? Ne, ich wollte ja das Ausdruck ziehen, ich bin weiter hoch. Ich wollte nicht in den Land reinbacken. Was willst du, Silke? Wann macht die Diegel nur 30 Schaden? Oder was? Ich schieß erstmal weiter, ob ich wollte eigentlich bauen. Wann macht die Diegel 30 Schaden? Headshot, er hat einen Headshot. Oh ja, von hinten kommt auch noch welche. Und geht. Wann macht die Diegel 30 Schaden? Wann macht die Diegel 30 Schaden? Roller Job. Roller Job, halt den Roller Troften. Alter, ich pack mal beim Piepen an die Wand. Hinter uns der Gegner, der eine hat, äh, kein Schild mehr. Oh! Da ist schon wieder ein 30 Alter, ich wollte. Wurde packt da hinten. Oh fuck man. Hä? Hä? Koby, Koby! An der Metall Base! Oh, ich bin so schlecht. In so einer Metall Wand! Warte, ich geh mit den Puscheln. Oh, das sind ja halt einer. Er hat schon mal schöne Hits. Kannst du geholt. Ab ihn. Gut gemacht während. Scheiße! Hab ihn auch gelasert. Nein. Habt ihm... Habt ihm mir grad ernsthaft den eigenen Killer geklaut. Ich lass die Scheiße hier liegen. Wer braucht so welche Scheiße? Leute, ich bräuchte ein bisschen hier Zeug. Blaue Bürst. Leute, lass die Scheiße! Ich brauche das selber Sniper Moon für Diegel! Komm her, siehren! Ja, mit der 6! Der 6 Schuss! Ich brauch auch... Ja, alo! Ich brauch auch... Diegel! Ich brauch auch... Ich brauch auch... Diegel! Ja, mächtig! Diegel! Oh, ja, du bist ein Gott! Ja! Oh! 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 8 HP! Leute, ich brauche MadKid! Please! Ich hab die schon! Ich brauche MadKid! Please! Warum bist du auch mitgesprungen? Bin ich nicht! Bin ich nicht! Ach so! Ich hab's gleich geschafft! So, ne, Leute! Bruder, ich hab grad so dumm geplaced! Scheißegal! Ich hab einen MadKids! Oh, sch... Komm! Laufen! Ich hab keinen Schaden versehen! Ich hab's geschafft! 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 Sören, du bist ein Gott! Kommt schon! Ey, hallo! Leute! Ne! Wir brauchen immer noch MadKids! Die hielt ja schon die MadKids gegeben, Junge! Eine halbe Stunde später! MadKids! MadKids! Eine Granate! Wenn ich jetzt sterben würde, ist es schön! Hab ich sie gerade an den Flügel geheftet? Hab ich sie gerade an den Flügel geheftet? Nein, an den Kopf! Hey, äh, Sören, wie viel Mut hast du für Siegel? Nein, das ist mein Baum! Darf ich wissen? Ich hab nur 5! Darf ich ihn bitten? Hey! Nein! Nein! Gleich wieder in dem vollen Squad-Spiel! Brauch der Pisschen Muni! Dankeschön! Ich hab mir keinen Kill-Alari-Standard! Leute brauchen Pisschen Muni! Ich hab drei Leute angehittet in der Siegel und kriegen nur 30 Schaden, ey! Ich bin enttäuscht! Ja, ich hab gerade immer... Digga! Äh, trotzdem! Der Siegel, 30 Schaden, ey! Also, wir sind zwar schlecht im... Wir waren da zwar schlecht im Gegensatz zu heute, aber die damaligen Verhältnisse... Ich frage zum dritten Mal und zum letzten Mal. Habt ihr Pisschen Muni für mich? Äh... Ja, 100%. Ich brauch selber, Problem. Warte, nee! Brauch ich selber, merk ich. Ey, ey, ey! Nick, Nick, wenn du stirbst, Alter! Ich schwöre dir, ich blick dich nicht wieder! Warum? Warum sterbe? Ich brauch selber, ich hab selber so wenig! Ich werd du... Boah, ein Kreppler! Guck mal, in deinen anderen Slot! In deinen anderen Slot! Ja, ja, genau! Wegen dem von grad eben! Hm! Hä? Was meinst du? Oh, gib doch einen her! Ja, ja, ja! Hier, ne! Guck noch so! Meine Lieblingswaffe! Prost! Ja, meine auch, Alter! Was willst du? Oh, du Wichser! Du Wichser, Alter! Ich will... Ey, komm schon! Ey, hallo! Ich wollt' ganz auf dich werfen! Hey, was rein! Geht doch bitte! Hermi, komm in! Schlürfi! Für dich! Nein, nicht für dich, Christian! Schlürfi! Schlürfi! Bitteschön! Gegner! Gegner! Komm! Ich hab noch einen Schödi für eine Person! Ich hab noch einen Schödi für eine Terminator! We're in this nation! Yo! Please! Kill ihn! Ja, ich hab'n Kill! Was liegt da schön? Ey! Eine Black Scar! Sogar zwei Stück! Nee! Nee, nur eine! Es tut mir leid! Oh, schon wieder eine Black Scar weg! Oh, Mann! Was ist hier los? Ich kill einen, oh, Mann! Ich hab' noch einen Schödi für dich! Im, äh, Dings! Oh, fick dich, Alter! Knapp! Komm mit! Bitteschön hab' für dich! Äh, hier oben! So, ich hab' die Laser aus! Geh'n dir! Geh'n dir doch ein Bitteschön! Nicht fast zum Flug nach Afrika! Ja! Och, Seminator! Dann geh'n wir mal dicht im Bitteschön! Hier will jemanden! Grappler! Zone kommt! Da oben ist er hier! Mitkommen! Zone! Ich hab' keinen Bock mehr auf mein Leben! Ja! Mal wieder mit 20 HP am Start! Ja, ich seh' halt keine, ey! Ich hab' zwei Veränderungen für sich! Ja, hat jemand aber ein hohes Jump-Pit gebaut! Hat jemand aber ein hohes Jump-Pit gebaut! Erstmal runterschießen! Wollte er oder hat er? Er hat ein Ritter bis zur maximale Höhe! Oh, er hat das Martin Bittnis nicht genommen, danke! Ich hab' ihn nicht mitgenommen! Achso, du hast mitgenommen, ja, ja! Da ist ein Port-A-Fort! Ich sag' euch, da ist bestimmt einer drinne! Nein, ich hab' so'n Gefühl, da sitzt keiner! Ich hab' so'n Gefühl, da sitzt keiner! Ich hab' einen Mad-Pack! Ich brauch' einen Mad-Pack! Mad-Pack! Ich brauch' Mad-Pack! Nein, Sirren, mach nicht die S-Renn! Sirren, Mad-Pack! Mad-Pack, bitte! Mad-Pack! Mad-Pack, ich will Mad-Pack, bitte! Mad-Pack. Ich brauch' einen Mad-Pack! Leute hier bei mir irgendwo, bei mir irgendwo kam gerade ein Schuss. Und wo sind die denn? Ja ich bin tot, ich bin fast tot. Du hast noch 95 HP. Leute bei mir sind Gegner. Ein ganzes Team. Der hätte ich einfach gerade aufzuzielen, aber dann würden wir wollen snipen, Digga. Ey, bin f*** ich. Wtf hat der einen guten Hit kassiert. Die kann ja ein 38er gelben Shot bekommen. Eier down. Eier down. Eier down. Nice man. Wie viele geile neue Waffen da liegen, die ich nicht aufheben kann. Ah man. Ey, dann stich Mini, ich bin viel downer als du. Ja, 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 guck mal! Doch, MacPack, 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 MacPack! Chris, hau ab! Schnell! Hure, was, äh, was? Beide dich! Hau einfach ab! Lass mich dich! Ich hätte dich gesnibed und ich kann nichts dagegen tun! Und wer hat das Jumpit dahinten geschossen? Also Seidenstab ist auf jeden Fall tot, Leute, ich sag's euch! Das macht ihr! Warum machst du das? Ich hab auf jeden Fall Angst, dass ich da Gegner treffe und dann ganz alleine bin. Christian, bei mir sind ein paar Gegner und ich hab keine Idee. Na ja, ich bin bei der Kommission, erstmal in den Zonen. Ja, okay, lieber! Ich bin, lieber! Bitt dich hier in dem Haus hier vor mir! Wow, Sören! Wo komm, Sören! Gegner nehmen uns, Gegner nehmen uns! Die finnischen Leute, die Gegner finnischen ohne Kraft! Was ist das für mich dann gelockt? Nein, aber ich habe gerade einen Gegner gesehen, wer gefinisht wurde Leute, ihr müsst nur nicht da vorne töten Wenn ihr da vorne alle getötet habt, habt den Sieg Das sind 100% die Gegner Das ist die 5. die 6. Gegner Der ist da Oh leid Die Maschen Die Maschen Oh Ich habe ja nicht gesehen Nein, ich habe nix für taktische Nein Guck dir sowas doch mal an, Alter Warren Nein Klar hat er ne taktische Schritten durchspinten Da waren es nur noch 4 Aber haben sie nur noch 2 Ich baue auch hier Äpfel Das war sogar meiner Was hat ihnen das jetzt gebracht mich zu finishen Zone, Zone Nee, ich bin schneller als die Zone Ich habe keine Die kommen, da vorne sind welche Ihr seid jetzt 2 gegen 4 Seid mal neben dir Warte, wir müssen gegen 4 Leute kämpfen ohne Das ist WTF, die sind da alle WTF, als ob die da alle sind Zone, Zone Hä? Hä? Geh runter Nein Nein Geh runter Nein Nein Das war wirklich mies Das war mies Du hättest nen Sieg easy holen können Wärst du nicht runter gefallen Nico Ja, ich bin einfach durch den Scheißbaum gefallen Niko Niko 1 A Leistung Sei leise Warum habe ich jetzt eine Freundschaftsanfrage von Loco Squad Also ich weiß nicht warum Musst du doch wissen Warte, was ist meine nächste Aufgabe Meine nächste Aufgabe ist Ich habe mich von Ich habe mich von Frau Gumm Das war ich von Die Also, ich mach mein Ritual wieder, ich bleib kurz AFK. Kümmert euch nicht um Milch, ich schaff's alleine. Nein, glaub ich nicht. Ich bin ein leuchtendes Lama. Ich bin auf einem Pferd. Lama. Lama gesichtet. Ich schaff es zu jeder Runde 3, 2, 3, 2 oder so. In Köln wurde ein Lama gesichtet. Warum wird eigentlich der Bus aufgepimmt oder was ist los? Wie lange ist der Terminator weg? Glauben Sie die vorderen Reifen gelb? Das sieht so richtig hässlich aus. Nein, wir gehen Tilted. Wann kommt Terminator wieder? Oder wir gehen wie Greasy, oder wir gehen Schiff, die das in seiner Nähe. Nein, Schiff nicht. Tilted, ich muss noch in Tilted lang, habe ich gesagt. Achso. Boah, die Kuh. Null. Wie das Lama von ihm. Wie lange ist der Terminator denn weg? Lange. Oh du ein bisschen Sandor meistern Ich hab einen dauernd. Ich brauch Hilfe. Wär gleich selbst gefinisht. Ich weiß es einfach. Ich hab so'n Gefühl, dass ich gleich gefinisht werde. Ich brauch Hilfe. Leute, jetzt holen wir einen Sieg. Ich sag's euch. Ja, ist halt so. Das ist einfach ganz dringend keine Hilfe. Ich brauch unbedingt Hilfe. Deren, komm bitte. Ich hab'n Gefühl, jetzt nicht. Das ist ja alles schon lege, sorgenhaft. Und die Bestrafung für die finnischen, ihr wisst, was es bedeutet. Ich hab' automatisch gefunden. Ich nicht. Ich hab' so die leichte Vermutung, dass mich gleich jemand von hinten... Ja. Du wirst schon was. Schnappen möchte. Wie ein Gummibärten. Wie ein Gummibärten. Digga, einfach so hat er mich so was angehitzt, Alter. Na, stopp da. Bestrafung ist für Finn. Wo ist der Typ hin? Egal. Okay, Leute, ich glaub' drei Leute wollen gerade gleich auf mich pushen. Ach. Ja. Dafür wer ich ja. Also, die drei Leute, die ich angehitzt habe. Ein paar Leute. Äh, die sind direkt neben euch. Das ist schon mal... Jetzt sind die mir drauf. Jetzt sind die die rein. Krautscht ich weg vor Nico. Oh, da ist es nicht. Häh, ha. Wenn man nur so Krautscht nicht von Nico hin. Hä? Doch? Ja. Ja. ja ich habe sie beide ich habe ich glaube ich glaube gleich kommt noch welche abstaubung bei nico lass mich mal ganz kurz hier ja gerade noch steps gehört gerade noch steps gehört hotel 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 lass mich erstmal hiebeln wo ist der sie geht jetzt das war es mal wieder komplett nee das ist nicht euer ernst guck mal warum ich dir getötet habe Sören ja ich habe auch noch einen hit gegeben könnt ihr mich mal bitte wiederbeleben Leute belebt mich bitte wieder hallo Leute ja trotzdem Leute bitte belebt mich wieder ich bin gerade ich habe gerade bin schon dabei ich habe gerade dieses scheiß Geistzeug benutzt und was passiert genau während des Fluges hat er auch gehört mach ich mal was ich bin eiskalt an Fallschaden gestorben Nico ich habe ihn schon als erstes belegt aha ich bin eiskalt an und ich bin eiskalt an ich höre gegner 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 also ich habe so ein jumppits oder war das einer über die zone kommt zu uns selbst irgendwo bei mir oder bei mir ist gerade kritisch ja wer schießt meine treppe runter ich möchte ich mich nicht das spiel ich habe schon die hoffnung das spiel direkt da 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 ich bin kurz davor ich bin kurz davor das spiel ich habe gar keine ressourcen leute zone 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 das ist eine zone ich habe die neue waffe jetzt ich entspann mich nicht gar keine ressourcen ich brauche da kann mir jemand von euch ressourcen abgeben er hatte von euch ressourcen und hat mir ressourcen abgeben ich habe zwei ich werde ich mal wieder gefinisht und irgendjemand hat ihn sogar noch angeschossen anstatt ihn zu holen nein das macht er geschossen ich habe ihn aber ich habe ihn nicht gegeben danach habe ich auch gefinisht Lagerfeuer komm Lagerfeuer was machst du so denn nein du hast aber eins mach mal so 50 jetzt hat er keins was hast du denn mit deinem tomat das ist ja eigentlich noch was du bist du noch ja ich sag doch wenn ihr bei 50 hp nein dann macht sich vier schaden die stadt ja die zone einer heißen oder wenn hd das ist jetzt erst was was hi devin da ist devin ich hab die runde mit einem relativ gut wenn du hilf danke du auch kannst dann nachher mitzocken ich mach dann nachher noch eine duo runde Leute denken dasselbe wie ich was zonenproblem und hier sind schöne geister ja so weit war ich auch gedacht so weit war ich auch da vorne die lüge ja noch genug warum gibt es diesen warum gibt es diesen backpack beim drachen da kann der war der scheiß aberig das herrn klug ist weg geht du kannst du total schaden ich dachte wohl ich schaff zu eh noch was runter nö wir schaffen es bis hier hin das ist gar nichts sich was fehlen wir uns wie sagt auch bis hierhin schaffen wir es oder sogar weiter lieber ein sturmgewehr und töte ihn anstatt nicht schütteln. Nichts gelockt! Du holst mich nicht. Ah! Mann! Die Schotter brauche ne halbe Stunde bis sie geladen ist. Kannst du mich hochholen? Ich mach dir jetzt der Drache auf deinem Rücken. Frag ich nicht, der ist kein Hilf! Ja moin ihr seht Tina. Jetzt lebt sie nach. Oh oh. Helf und greife ihn einfach an! Ja zon, hol äh, erst mich mein Termin. Ich bin Loa, dann. Loa? Vielleicht macht die Zone 2. Ja. Nein, gar nicht. Kannst du gleich gehen. Hallo, hallo. Erstmal Looten. Okay. Oh, das wird so knapp. Oh, Loot! Mediii! Schabiii! Ich meine, wenn du jetzt stirbst, lache ich dich aus. Nein! Das Looten hat doch nur die Scheiße getan! Looten ist scheiße! Er hat grad nur ne SCAR gelootet. Beilt euch! Krabbeln vermeiden, die Zone. Was? Als ob wir jetzt deswegen gestorben sind. Wir sind tot. Jawoll, Digga! Jawoll, Digga! Ich bin zu Anfang gestorben wegen solchen... Arsch! Ja, lau wissen! Ja, lau wissen! Hm. Hätte noch ein Medi-Kipfel sein. Ich hätte mir Medi-Kipfel reindringen können. So, wo muss ich jetzt landen? Fatal Feeds. Oh, geil. Nein! Ab zu Fatal Feeds. Ich hab den Typ einfach nicht getroffen, ne? Ich bin ja so kacke. Ja, ich war auch komplett auf dem Typ getroffen. Ich hab den Typ nicht getroffen. Ich stehe vor ihm und treffe ihn nicht. Ich stehe vor ihm! Ich hätte ihn mit der Pickel schneller gekillt, ne? Warum soll ich? Ich bin ja viel schneller. So rumstall! Und... Die ich nicht machen kann, weil kein Vollidiot mehr Hausaufgaben gibt, ja? Alter, geht's. So krank, oder was? Nein, danke. Nee, nee. Ich werde sowieso nicht einmal hingehen. Drei Bilder. Fatal Feeds. Felsatz. 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 Das sind schon meistens hätte besserer geknett. Ja. Was? Ich geh trotzdem Felsatz. Ne, ich geh... Ich geh Felsatz. Ja. Oha, wir sind... Hä? Wir sind doch... Äh... Simon, wir müssen doch sowieso zusammen sein... Weil jetzt ein Lama entschiehen. Ich geh... Ich geh... Ah, der Drachen ist so laut, aber das geht gar nicht, denn da muss man denn schweiß das war oder was ist. sie hat er wenn du sein erinnern er wenn man auf der basse würde ich mal behaupten wo ist geist wo ist geist da vorne Leute, was passiert jetzt? Ich brauche mal eine Waffe. No way! No way! Chris, Chris, guck dir das an. What the fuck? Fliegender Bursch. Chris, fliegender Bursch, guck. Fliegender Bursch, ich habe Bursch genommen. Er hat 1-Hit als 1-Hit. 1-Hit als 1-Hit. Ich habe noch 2-Hit. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Wir haben f***ing nochmal gewonnen. Warum verdient sie auch nicht? Ah, ja, da war ja. Das war ja ein Kill-Doo. Das ist ja einfach. Wie kriege ich jetzt diesen Bursch wieder los? Nächste Frage. Oh, junge Bursch, Alter. Oh, nö. Ich wollte was testen. Ich wollte Bursch mit Geist nehmen. Und du bist einfach unsichtbar. Und man sieht nur den Bursch. Oh, mein Gott, ein Bach, Marte. Immersegen der Bursch. Marte. Kann ich gleich zeigen, das ist übelstgeil, das ist übelstgeil. Ich fahre mal los, ganz ruhig. Hast du auch die Sichel, Tammy? Nee, die habe ich nicht. Hey, da kannst du doch richtig auf Buschcampus teil machen, Alter. Da haben wir jetzt gleich den Busch, nicht gedacht. Du kannst ja richtig auf Buschschalung machen. Ja. Das ist okay. 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 Okay, gut zu wissen, dass in der Mitte und im Meisterfeld einen tot ist. In jedem Meisterfeld. Und das man in der Mitte, äh, gut, das man im Meisterfeld auch einfach so erwarten kann. Ja. Kannst du auch abbauen. Oh, nee, Granate. Fliegender Bursch kommt, keine Sorge. Das fällt nicht mal auf. Ich halte jetzt einfach so mal hin. Oh, fucking Schade. Ein Kill habt ihr schon mal. What the fuck, warum habe ich Schaden genommen? Ich weiß es nicht. Weil ich angeschossen habe. Ich gehe weiter zu meiner Farm. Ich dachte nur so, yo, passiert eh nichts. Der Typ kann ja nichts. Von wegen. Ja, schon aberden, Christian, oder? Mhm. Und ein paar Weißformen dabei nehmen. Ja, komm, seid die Farmer einfach. In der Farmer? Ne, war auch ein Lade. Meine Frage, wofür die Mitte vom Feld? In der Mitte. Okay. Erst die Mühle, in der Mitte auch noch. Brauchen wir einfach alles ab. Nö, wie ich. Nö, ein. Aber es macht Spaß. Okay. Was sich mehr lohnt, ist das Salatbeet. Nein, Devin, leider noch nicht, aber wir waren Dritter. Ganz knapp, ne? Er bohrt alles ab, Allah. Ich habe bestimmt eine Dreitausende. Ich habe bestimmt null. Ich stehe vor dem Gegner und treffe ihn nicht. Ich hätte mit der Picke schneller getötet als mit der Waffe. Du kriegst natürlich, wenn du mit einem Raketen da vermehrere Gegner erwischt, kriegst natürlich mehr als ein Hundert. Ich sage nur, hoch und exklusiv Niko. Aller gibt das viel Holz. Verdammte Scheiße, ich habe schon 700 Haube zu. Ich sage ein Farmer. Er ist überall bekannt mit Niko auf dem Lenker. Zweiter sogar, okay. Der kleine rote Traktor. Feierlich auf dem Land. Niko am Lenker. Warte mal, ein kleiner rote Traktor sogar rauf. Was? Da steht irgendwas drauf, welcher Trecke, Marco. Das ist Infinite Power. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also das ist die Marke von Epic Power. Ja, ja. Also ich wollte mal sagen, wo bleibst du denn, bitte schön, Chris? Wir müssen Kills machen. Salat, Reet abfahren. Was für Salat, Reet abfahren? Ich habe jetzt 800 Holz. Was aber, wo bist du? Ich kann sowas riechen, wenn du verstehst, was ich nicht meine. Ich habe Angst. Ich sehe schon Shed an der Seidenschnabel. Also habe ich mich erschrocken, Digga. Ich habe aber gesagt, Chris, du kannst vorhersehen. Ich habe gedacht, du kannst vorhersehen. Ich habe jetzt einen Gegner gewesen, Alter. Das wäre so ein Headshot, Alter. Ich habe doch nur, ich wusste es. Ich wurde aber gesniped. Aber nicht vom Gegner. Junge, Junge, Junge. Ich mag gleich den Chat aus, Alter. Ich schwöre, Mann. So viel gemacht, ja. Oh Mann, Shit. Was machst du? Ja, er ist mal verkackt. Ja, was machst du? Ich habe keinen Gegner. Mann, Shit. Ich habe keinen Bock, runtergeschissen zu werden. Egal. Egal. Egal, aber ich sehe einfach gar nicht so schnell. Das ist bitte. Oh Gott, wie knapp ich an der Kante war. Junge, Junge, Junge. Du warst an der Kante? Ganz knapp. Du warst an der Kante? Ich bin deine Mama an der Kante. Okay, das war ich, glaube ich. Jo, Drop. Ja, ich merks. Jo, Drop. Genau, ich bin auch im Moment. Ich habe zwar auch in den Kante. Willst du den schützen? Ja, ach. Den Lootrop gönne ich mir jetzt. Jetzt. Was? Was? Ja, jetzt hier ist ein Panel, ey. Bei dem Erbe kommt, gleich sitzt er in den Gegner ran. Oh, ja, geil, ey. Los, mach den Kopf zu. Ey, du hast noch die Boost-Granate, Terminator. Du kannst voll gut benutzen. Du kannst. Terminator, du kannst auch die Boost-Granate benutzen. Hab ich nicht, hab ich nicht. Und die wegschuldern. Interessant. Haha, kennt ihr den? Ich hab den Lootrop. Oh, ich hab den Raketenwerfer. Ein Snap brauche ich aber. Jetzt dreht er vor deinen Augen. Jetzt dreht er den vor deinen Augen. Das ist immer noch ein Wettbewerb. Das ist immer noch ein Wettbewerb. Das weißt du. Gib mir Raketen-Money. Das ist Wettbewerb. Genau, gib mir Raketen-Money. Das weißt du. Hast du auch Sniper-Money? Nein, die brauche ich selber. Ich hab' selber keinen. Ich hab' 19 Schuss. Doch, dann leif' dich jetzt. Tschüss. Okay, das schlürf ist nicht. Ein Schlürfnis. Gib mir den Schlürfstrang jetzt. Achso. Oh, sorry. Ich hab' dein Leben nicht gesehen. Oh, wann geil. Hast du Pissl-Money? Oh. Ja, das hab' ich auch zu tun. Oh, B***a. Ey, das ist krass. Okay, noch ein Wettbewerb. Ich hab' noch einen Wettbewerb. Weil ich Pissl-Money gedroppt habe. Ich bin, wo ist der denn? Ich bin, wo ist der denn? Was ist der denn da? Das war ja los da, was ist der denn? Das ist ein Typ, Leute. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Ich hab' den. Der Ente hatte den verrückter Reihen. Er hat einen Hit bekommen. Nee, ich hab's so. Oh. Ich glaub' das gelang so weitergehend. Ach, kacke. Hey, wer hat die Treppe da gemacht? Tötet ihn jetzt. ja ich bin ich schon hier in den jahr hallo in den jahr ich nehme den ich nehme den rift pass auf ich nehme den rift und versuche die verbände noch zu nehmen ok schweiß auf verbände mit mädchen also ich soll ich soll einsetzen kann mehr warte mal ich hätte fünf sekunden später einsetzen sollen ich habe keine metz alles so kacke ich habe 13 sniper schluss hast du welche ich müsste sagen ich habe zu viel metz ich habe ein jump pad ich habe dort gleich ein paar netz haben ja mit sniper muni ja ganz ok ich habe 13 schuss ich gleich scheiße wir haben gewonnen er wird erwarten bis jetzt ist unentschieden warum baust du so komisch er baut wasser er hat wahrscheinlich kampf ja ich habe ich habe gerade ganz normal gemacht kristin was hast du denn baumeister pro oder nico ich kann das zwar noch nicht richtig aber ja oha lol nein keine spielwiese ja aber trotzdem kann ich das noch nicht so richtig warum terminator terminator ja und so kann man das mit baupro und baumeister pro also ich muss das so jetzt kann material verschwenden macht erst boden dann wand dann decke ne und dann andersrum treppe boden wand wand treppe boden ich spiele baumeister pro ne ich spiele kampf pro ja stimmt ja fuck egal egal kampf tschüss bruder mach da bitte ernst holl doch mit dem richtigen sniper oder der holst du wa jump pad ohne mich ja 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 scheiße nein warte warum hat er nichts gebaut pass auf wenn mein kampf nicht zu machen oder wer ist das ja 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 war da ja 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 wirklich ja ich bin voll Ich brauche Sniper, Muni. Ich habe 11 Schuss. Kann ich jetzt ja ein bisschen was holen. Oh, ich kriege Tränen. Ich kriege Tränen im Auge. Ein bisschen. Wie viele Kids haben wir? Vier Stück. Ich habe ein Jump-Head. Wollen wir gehen? Do you want a better snowman? Hier, wir fliegen dahin. Wir haben beide Sniper. Wir fliegen dahin. Es kann ein Dreierteam sein oder? Nein, halt. Nein, nein. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine bessere Idee. Oh, ja. Komm mit. Wir müssen zollt hier. Und zollt hier gibt es bestimmt irgendein Auto, ne? Ein größeres Auto, sag ich jetzt mal. Oha, warte. Hast du nicht gerade in Ernst einen Würfel für ein Schild? Ich hole mir noch einen. Warte. Du hättest irgendwas droppen können in deinem Inventer. Du musst einfach... Du musst dich in ein Auto reinpacken. Das geht, das geht. Du kannst mit den Dingen in ein Auto reinpacken. Du kannst auch in eine dicke Wand reinpacken. Oha! Äh, vielleicht... Deswegen muss ich vielleicht die Dinge rausgenommen, vielleicht war es gepatcht wurde. Keine Frage. Kann sein. Muss es sein. Es muss halt nur drin in den Hoheraum sein. Du kannst immer reinbuggen. Leute, seht ihr, seht ihr, seht ihr? Sniper! Nein! Das ist immer noch ein Glücksprinzip, Jürgen, das weißt du. Nö, das war alles, ich hab all meine Fahrt noch mal geöffnet. Er ist unten, hol ihn, hol ihn! Ja bitte, er holt ihn, einer, in Hure, er hat das verkackt, Anna. Ich lösche fort, Alter, du hättest jetzt verkackt. Leute, easy Sieg im Stream, easy Sieg im Stream! Mit drei Api! Mit drei Api! Scheiße, easy Sieg, easy Sieg! Neuer Regen-Shoppy ist da! Ich bleib noch drin, ich muss noch drinnen bleiben, bis alle Typen raus sind. Oh, yo, easy Sieg, ich hab drei Kills, wie viel hast du gehabt? Ich hab so lange keinen Sieg rausgehauen und jetzt zu zweit, oh, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Oh, scheiße, Leute, im Stream den Sieg, im Stream den Sieg an alle! Ist richtig gehypt! Oh Gott, Leute! Endlich, im Stream den Sieg, mit der neuen Season, am zweiten Tag der neuen Season. Ja! Leute, guckt ihn euch an! Göttlich! Ich hab auch einen im Stream! Ja, hallo! Göttlich! Ich freu' mir auch keiner ab! Rebenschön! Nein! So, ich bin schlau, Leute! Ich kann jetzt mit Monster Satur spielen! Niko, wir sind Team Raven! Leute, wir machen jetzt eine PC-Lobby, ne, das wisst ihr schon! Was? Ach du ruhend! Ich bin PC-Spieler, seht ihr's oben? Bei Europa? Nein! Mach mal! Lass mal was! Ach man! Was ist los? Ja? Ich bin schon auf PC! Mach einfach mal rein! Das könnte auch Hub sein als PC! Ich bin grad mit Maus Tastatur! Äh, ich bin grad mit Controller! Warte mal! 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 Ich bin Kampfbo! Bei Baumeister Bro! Ne, ich lass Kampfbo drin! Ich seh schon mein Glück hier! Anwenden! Hä, Leute! Ich seh's jetzt aber auch! Baustunk! Hallo! Sören! Startet doch mal! Meine Güte! Ey! Drück bereit! Mann, da soll sie weg von Tastatur gehen! Ist doch egal! Das kann auch Noobs sein! Das kann auch Noobs sein! Ich bin grad mit Controller! Ja! Unwahrscheinlich! Ich bin auch grad mit Controller, Leute! Das sieht man noch! Nein! Im Stream! Guck ins Stream! Da siehst du es! Ich bin grad jetzt im Stream, Mann! Weil ich jetzt auch bestimmt weiß, wie du heißt! Das kann richtige Noobs sein! Ja! Kann wirklich sein! Ja! Ist irgendein Wochenende! Wir haben Zeit, den Battle Pass durchzusuchen! Schön in Energie! Wir sind richtig geil in Energie jetzt gedüngt! Ein schönes Relantis jetzt! Ach, ist das geil! Was für einer! Marke! Ein Relantis! Der schwarze! Wir machen einfach Team Raven, würde ich mal sagen! Warum Team Raven? Ich hab nur den Gefiederten Gleiter angemacht! Ich hab nur den Gefiederten Gleiter angemacht! Ich hab den Todes! Den Schiff, die kommen! Christian! Machen wir Team wieder? Machen wir... Machen wir wieder zusammen? Ja! Komm lass wieder... Wenn wir zu 14 sind, dann machen wir... Guck! Wir haben zu zweit gewonnen! Wenn wir zu 14 sind, dann... Ja, deswegen sag ich doch! Wir machen einfach die gleiche Taktik wie grad eben! Äh, Christian! Ich würd sagen, wir gehen Greasy, oder? Ich würd sagen, ich würde mich erstmal gewöhnen... Äh, daran Dings! Äh, wie da diese Einschusspräzision... Das ist manchmal nicht! Halter mit... Im Moment tut man nur so! Und das ist ja nur noch Mütter! Aber... Das ist ja gut! Christian! Ich bin da der Team! Nein! Ich bin jetzt schiften! Ich bin schiften! Ich bin schiften! Ich bin schiften! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da immer ne Tor! Immer! Easy Skar gegönn! Auf trockende Basis mal wieder! Nein! Ich geh mich vergraben! Ich hab... L2 gedrückt! Ich hab... Medi Kit! Ich hab... Ich wollt R2 drücken! Hier ist Lagerfeuer im Dings im Automat! Ich wollt L2 drücken und hab R2 gedr... Ich wollt R2 drücken und hab L2 gedrückt! Oh mann. Hast du irgendeine Luft beendet? Ja. Och ich geh mich vergraben, Alter. Ich geh mich so vergraben. Wie kacke ist denn das? Oh mann. Ich fahre mir erstmal die ganzen Zollen ab, dann. Fick ich. Einfach nur aus Prinzip, dass du so eine Dung halt nie wieder machst. Ich erziele dich jetzt hier mit also. Ich bin gleich tot, ich kriege einen 2er Tick, ne? Das ist mir relativ gleichwillig. Ah, ich habe nichts gar und 2 Bände, aber nicht viele Verbände. Ah, dann erlebe ich dich mal nicht abkacken. Ja, wirklich gut. Ach, wirklich nicht. Mich sieht keiner, mich sieht keiner. Mich kann keiner sehen. Nein, 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 nein. Boom. Warte was, äh, du kannst natürlich die BMP wieder haben. Dieser nehm ich ne Minigun mit. Ich mach die nur episch Stellen, Schätze. Naja, doch nicht. Ich habe ein Jagdgewehr. Den benutze ich nicht. Warum ist die Minigun, Monik? Kannst du Mecklepple durch die BMP schleppen. Ich kann doch eins mit schleppen. Ich habe zwei Stück schon. Nö, so, dann hast du gerade schon genug. Niko, komm her, ich habe 10 für dich. Mini? Ja. Ich habe auch einen Mini. Ich habe einen Bigness aufgespart. Ganz hat einen Bigness aufgespart. Hast du noch einen Mini? Ja! Ey! Bruder, mach kein Auge. Ich habe ganz immer einen Bigness aufgespart. Bruder, mach kein Auge. Hallo! Hallo! Nein, 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 nein. Da hieß ich lieber auf meinem Fernseher. Gephehr, gephehr, gephehr. Weg, weg, kusch. Nein? Was? Junge, gephehr? Gib mir. Ab kein, ab gar nichts. Gib. Ja, ich habe nicht mal eine, irgendeine Art von Schrothshund. Ich habe wieder eine Bürst. Nico, du weißt Bescheid? Ja. wieder wenn du gewartet hast ne leck mich so ich hab ne weiße dings wenn du willst was ne weise okay das sind mindestens zwei leute one shot da drin ich hab einen ich hab einen boah kacke oh da drin ist einer, tötet ihn, tötet ihn könnt mich bitte einer wiederbeleben niko niko hier du kannst wirklich nie dein maul halten wenn du tot bist ich bin nicht tot gewesen nein ich meine du hältst nie dein maul wenn du gelockt bist mit der minika noch 50 meter eingefickt ich lute ganz schifte und ich krieg nicht mal in mit einer schotze ich mach kein schotze, aber gut wer steigt mit ein wer steigt mit ein leidenschnabel leidenschnabel steigst mit ein ich geh mal ganz kurz aufs klo mein tägliches geschäft im sitzen erledigen diamoin als ob als ob ich hab auch flügel ich hab meine eigenen drachen wer mich auch noch oben hält ich hab meinen lebenden drachen wer mich oben hält das will ich sehen guck doch auf meinen rücken den schieß ich ab hier der aus dieser waldsabi alter ohne witz wir können das geld pur fressen ohne was dazu und 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 Ich hab Niko keinen Killduell, hallo, der ist schlecht. Bei mir Gegner, kannst du bitte kommen? Sag ich doch, du brauchst Hilfe, du brauchst Hilfe, ich hab nur einen Sniper, denkst du nicht? Ich hab gar nichts, weil ich gerade erst mit Ben gelandet bin. Ich hab nur einen Sniper, ich bin mit dem Free Six, okay? Ich hab ja gesagt, dass ich gar nichts habe, dass ich jetzt alles wieder zurück bin. Ich hab ihn raus aufs Dach, ich snipe ihn. Sören, du warst Bescheid. Ich schau, check aus. Äh, links neben den Big Ben, links neben Big Ben. Also von dir aus rechts, holen jetzt Sniper für 375 Eisen in Gold. Äh, Stein, hol ich. Dürren, es wäre nett, wenn du jetzt zu mir kommst. Niko, hast du Refort? Äh, Niko, hast du Reforten für mich? Für den Ganadwerfer von N.P. und Portafort komme ich nicht weit. Scheiße, die Stohle. Was oder ein Sniper? Ja, schon mal gleich noch einen Reforten durch den Stein. Was auf, der Typ ist da drin im Haus? Ich hab keine Waffe. Du hast den Sniper. Ich hab ihn einmal mit Granatel anbezogen. Ich hab hier Sachen. Vielleicht nicht einmal mit Ihnen rein. Komm zu mir aber vielleicht noch mit Ihnen rein. Ich hab auch noch keine Waffe. Ja, komm einfach mal zu mir. Ist hier keine Waffe. Ich hab doch einen Sturm. Was ist denn der Schock? Äh, Nico? Ja, ich krieg die Waffe. Mir geht es um die Waffe. Mir geht es um die Waffe. Für mich. Du bist ein Burst oder Sturmgewehr? Burst. Gegner kommt von rechts. Erster Rivale ist schon mal down. Was? Loll, dein Drache. Das sind so Finisher. Ich geb auf. Verlassen. Hast du Raketen jetzt aufgesammelt? Oder Pumpmonie? Verlassen. 1. Verlassen. Warte mal. Das würde ich jetzt hin. Das hast du für mich? Ah ja. Ich glaub ich nehm mir ne doppelläufige mit, falls so ein Gegner kommt, dass ich ihn einfach zu überraschen will. Ich hab keine Mats. Äh, hast du Mats? Mann? 2. 1. Wie, das ist ein Krieg. Ja, der wird ganz ok. Bin ich finish? Das geht mit dir um 3 Euro, dass er jetzt von hinten kommt. Wenn ich die andere. so ist das mal so naja er war nun ja was wir hat er mich angesetzt er soll er meiniger der wohnhaftet eine granate an mich und ziehen Was? Ich kann ja was lernen in drei Jahren. Nein! Das war einfach... Er weiß gerade wahrscheinlich sein Team nicht. Ah ok, Devin, alles ok. Hi Api! Leute, ich hol jetzt mein Handy hier und ich sag euch, ich nehme jetzt mein Handy und spiele auf dem Handy Fortnite. Leute, ich versuche jetzt mal auf dem Handy Fortnite zu zocken, wenn ihr dabei seid. Ich weiß nicht, ob es geht, vielleicht gehts. Mal gucken. Was denn? Fortnite auf dem Handy zu zocken während des Streams. Mal gucken, ob ich noch das Update hab. Ja, ich muss ein Update machen. Ja, das war's wieder komplett. Wo gibt's die Straßendichter? Das hatte ich schon in dem Handy raus. Ah, wo gibt's die anderen Straßendichter? Ich würde sagen erstmal zum Retail-Roll. Update easy fertig. Jetzt gucken wir dazu bestimmt auch ein Update. Warum ist der ja schon über Stufe 20? Habt ihr euch freigekauft? Nö. Ich hab ja keine Stuben gekauft. Willst du sagen, dass du nix gekauft hast und jetzt schon Stufe 44 bist? Ja. Geht gar nicht. Gar nix. Niko hat von Tag 1 seit Season 6 gesuchtet mit 25 Stufen und ist gerade erstmal da, wo du jetzt bist. Ja. Ich hab nur die Herausforderung alles gemacht. So, ich mach jetzt erstmal das Update und nach der Runde, ich zeig auf mein Handy. Ja. Ach schön, 50-50 Mode. Perfekt. Na hin. Ich war auch schon, wo gerade der Release war. Wo die allererste Kunde war. Wo gehen wir hin? Gegner-Räuchte Seite? Oh ja. Jo, Gegner-Seite. Tilted, komm. Tilted uns! Clear, Tilted! Alle Mann, Tilted clear! Leute, alle Tilted clear! Warum baut man sich nicht ganz hoch, wenn man eh fliegen kann? Immer so ne Frage nebenbei. Was? Warum baut man sich nicht ganz hoch, bis in die letzte Zone? Man kann doch eh nicht sterben, man fällt ja nicht. Ist einfach so, was wir machen. So, dann hast du schon die Einsteller aktiviert, dass du halten und so. alles nach rechts automatisch sortiert wird. Nö. Nö. Ja. Ja. Was? Boah, Doppel-Oppel-Oppel-Schrotflüge oder eine Streitflüge. Leute, ich glaub dir jetzt ist keiner, ne? Also ich kann dir jemanden 100% Schild schon mal mitnehmen. Ich kann dir jemanden 100% Schild geben und einen kann ich vermuten. Egal, ich will nur eine. Aber unter Spiel, da musst du irgendwie suchen. Da steht irgendwas auf jeden Fall, dass konsumierbare Ebenstände sofort nach rechts, also das nach rechts einfach gepusht werden. Bei mir ist ein Gegner. Ja. Es kann aber nichts anderes frei hast. Okay, ich kann jetzt für jeden, äh, ne. Ich hab drei große Schildringen und drei Mini-Schilder. Da ist es so! Oho. 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 Er schreckt mich unser Team mit, oder? Oho. Oho. Hä, wo sind die ganzen Gegner hier? Du hast gesagt, wir sind so. Oho. 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 bei mir ist einer Hilfe da oben ist er ich schreibe nicht mehr weil ich dich da nerven ich schreibe nur ein ganz so wie um der in ganz ruhig schreiben so vieles ist mir egal nervt wusste mich damit damit gar nicht so 60 prozent habe ich schon wir haben uns zum beispiel abholen lassen wir uns schlecht ich würde mich freuen wenn du like da lässt ob ich schaffe ob es in meinen terminkalender passt wenn ich es bis dahin geschafft habe ja vorteil wird gestartet schon wieder Butter, ich nenne dich jetzt den Jorn-Tumor. Ein Jorn-Tumor? Ein Jorn-Tumor, wegen dem S. Jorn-Tumor 06. Leute, ich will nicht, ob ihr es hört. Es kann ja richtig werden. Ich bin gerade auf Handy in Fortnite. Mal gucken, was passiert, wenn ich mich in meinen Account einlogge. Ich dachte, das war 50 gegen 50. Warum kann ich nicht fliegen? Jorn-Tumor, warum hast du immer noch dieses Blättergeräusch? Leute, warum kann ich nicht fliegen, obwohl das 50 gegen 50 ist? Ich bin gerade vom Berg gesprungen, ich konnte aber nicht fliegen. Was ist das? Ich konnte gerade... Hä? Oh, Leute, wie ihr es gesehen habt, ich habe nichts gemacht. Ich bin einfach rausgeflogen. Da, das meine ich, Leute. Seht ihr das? Was? Ach, die Kratzer von Treppen sind das drin oder was? Ach, die Kratzer von Treppen sind das drin oder was? Ich komme nicht mehr rein. Boah, das hört ihr da laut. Ich bin jetzt gerade auf mein Handy in Fortnite-Vail-Royal. Ich bin jetzt ein Reporter-Vail-Royal. Ja, das kommt's hin. Moin, Vater. Äh, ja. Kann man jetzt den Fall schenken oder nicht? Leute, hört ihr das? Der letzte Entfernung ist, was ich gerade sehen konnte. Ist das kein Extra, das war ja weiter isch. Ey, was? Let's das, let's do it. Let's do it? Let's do it? Warum? Oha! Look! We-we-we-realtalk! Was ist das? Warum? Wie hast du das gemacht? Genau, jetzt bin ich aufhin die ausgelockt. Ja, der Loops ist jetzt nicht so optimal, aber sonst, ja. Hauptsache, ich hab ein Sturmgewehr. Leute, ich bin im Pfeil, und wo seid ihr? Digga, du bist hier zeltet. Wir sind schon fast über Tarot. Okay, okay, ich geh mal hier wieder raus. Oh, da ist auf jeden Fall schon mal ne Taschenbüch. Weißt du das? Ist down? Ich will nicht mir mal den Trailer angucken. So Leute, ich... Guck mal... Oh, das ist scheiße leider noch hier nicht. Leute, hier geht's richtig Action. Hey, Sören weiß noch ein Blitz schnell da waren, warum wir dies nur so gefeiert haben. Und man war einfach so viel Material bekommen hat. Ja, die... ...und du hast auch so viel Material bekommen. Aus so'n Zaun kriegst du 30 Holz. Hier zwar auch 20, aber... Ich weiß nicht mehr. Es ist halt einfach viel nötiger. Aber hier kriegt man auch schneller Ressourcen für dich. Hab ich doch gerade gesagt. Leute, eine Solo-Runde einfach mal easy. Und hier ist Team, wir sind alleine. Wir haben keine Freunde. Boah, das hat noch nie so'n heftigen Leck gesehen. Mit der ganze Zeit in der gegnerischen Hälfte ist das einfach so geil. Komm her! Aber das ist kacke, ich finde, ihr könnt euch nicht sehen. Deswegen lasst ihr's einfach mal sein. Wenn ihr's nicht sehen könnt, bringt's mir auch nicht viel. Weil ich bin so weak. So, mal gucken wir nach Ordnens, Leute. Für eine Runde Duo. So, mal gucken wir nach Ordnens, Leute. Ich bin so weak, ich bin fast tot. Ich bin so one-hit. Ja, ich bin so safe tot. Ja. Christ, also Sören. Ich will ja nicht sagen. Du bist ganz in Tilzitz. Ich denke, du läufst mit mir. Und du bist einfach nicht bei mir. Ja, Digga, was ist hier los? Leute, ich kann euch nicht rein. Ihr müsst euch dann einladen. Digga, wer überhaupt hat hier einen Raketenwerfer? Welcher Loop, Digga? Easy. Woanders drinne? Loll! Loll! Er hat den Fälle fasst schon aufs 76. Äh, 66. Digga. Da war die halbe russische Bevölkerung. Wie geht's los? Wie geht's los? Wie geht's los? Oh, weißt du was? Was ich endlich freigeschalten habe nach 30.000 Jahren? Glaube dich! It's alright! Werbepause! Werbepause! Alles klar! Leute, guck mal, wie fett der eigentlich ist auf diesem Lama! Das ist sozusagen ein bisschen eskaliert, wenn du verstehst, was ich nicht mache. Habe ich gerade eben gemacht. Leute, so ein Brilli ist da. Nein, wir sind da schon vier. Ich weiß nicht. Ist kein anderer da, das Ding. Ja, ich guck gerade, wenn ein Typen hier... Ob ich bei dem nochmal reinkomme. Wie hieß denn der nochmal? Naja, Stufe krieg ich nochmal 200 V-Bucks. Das ist mein Necken. Ja, ich weiß nicht. Guck, da, Leon, gehen wir mal. Beiträden. Siehst du nur ne Runde. Ja, ich glaub, ich geh dann jetzt auch auf, Leute. Ich soll sagen, ich bin doch jetzt im Stream verabschiedlich von euch allen. Und, ja, haut rein. Wer ist das? Aha. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Und, ja.